So, du billige Ausgabe von einem Casanova. Du, was du mit den Gänzen machst, die blöd genug sind, dass auf deinen Schmus reinfallen, das ist mir wurscht, halten sie sich da raus. Aber von meiner Freundin Bärbel lässt du in Zukunft die Fingern, hast du mir verstanden? Du, schreie nicht, schreie nicht, okay? Und welche Bärbel meinst du? Welche nicht mehr, weißt du davon? Was machst du da haben von dem ganzen Teig? Wanns bitte den Teddybär, den da oben. Schießt da den Teddybär runter, der bricht's zusammen. Pass mal auf. Ja, einmal, also einmal, dann nimmst du das noch. Ich hab gedacht, du kannst so gut schießen. Ich kann ja gut schießen, aber warte, bitte einen Moment. Vielleicht stimmt das Bär auch nicht, weiß ich gar nicht. Soll ich dir vielleicht eine Bude geben? Aber jetzt schießen wir noch mal. Hä? Könntest du denn besser schießen? Das ist schon möglich, da. Jetzt probier's noch mal, komm. Jetzt pass auf. Normalerweise bin ich echt der Beste, gell, was du ohne Schmarrn? Den ganzen Zug, da geht keiner. Schieß! Ja, ich schieß ja schon. Jetzt pass auf, ich schau genau hin. Ich hab ja jetzt mal auf, ich guck mal raus. Na, wir schießen mal auf, ich guck mal raus. Ah, ha, 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 ha. Hallo, bist du es, Franz? Nein, ich bin es, Pietro. Komm, zieh dich sofort an. Wir gehen jetzt weg von hier. Bitte. Mein Wagen ist da unten und läuft. Bitte, zieh dich an. Ich liebe dich.